So, ich hab ein Rap für mich, aber für die Politik halt. Für die Politik. Warum denkt man einfach nur in Politik? Meistens lügen sie uns am verschiffenen Waffen durch die Welt. Warum tun sie das? Wir wollen einfach Geld. Das Geld ist keine Lösung. Warum brauchen sie nur Geld? Wir sind doch reich genug. Wir klauen andere Länder die ganzen Reichtum weg. Fast so wie in der spanischen Zeit, wo die ganzen Afrikaner, Sklaven, Verslavungen sind. Warum tun wir das heute noch immer noch? Das ist nicht cool. Ich finde das scheiße. Warum muss man das einfach machen? Warum denkt man nur an sich, nicht für die anderen? Ich denke für die anderen, auch für mich allgemein. Warum muss man sich einfach in den Klarkopf schieben, dass wir alle Menschen das Recht haben? Wir haben das Recht, unsere Sprache auszukennen. Jeder hat schon eine andere Sprache. Trotzdem verstehen wir sie. Man hat verschiedene Sprachen. Trotzdem gibt es andere Nazis, die sagen einfach nur, hau ab. Ich entscheide, aber trotzdem, jeder darf bleiben, wo er will. Warum muss er seine Meinung nicht äußern? Jeder darf seine Meinung äußern. Jeder hat das Recht. Jeder hat das Recht. Glaubt mir, ich hab mein Recht. Ihr habt euer Recht. Wir in Deutschland haben immerhin eine Meinungsfreiheit. In anderen Ländern ist es leider tabu. Warum muss man das machen? Frag ich mich auch. Es gibt leider fast in keinem Länder Meinungsfreiheit. Gebt mal einen fetten Applaus für meinen Bruder. Er ist mein Bruder. Ab heute nenn ich Abusa. Abusa Demir. Er ist ein Fick hier. Bruder, das war's gut. Offene Mikrofon. Nächstes Mal kommst du mit Saxophon. Und danke schön. Und bitte, jeder hat seine Meinung. Jeder darf sprechen, was er will. Aber bitte, jugendfreundlich und gewaltfrei. Aber leider war ein Wort, was ich gesagt hab, leider nicht. Jugendfreundlich und gewaltfrei. Aber trotzdem... Verzeih mich, verzeih mich. Tut mir leid, dass ich es gesagt hab. Aber ich hab meine Meinung gesagt. Bitte, jeder hat das Recht. Jeder darf in Deutschland bleiben. Man darf gehen und kommen, wann man will. Und ich find's nicht gut, warum man immer Waffen verkauft. Glaubt mir, in Syrien ist es genau so. Guck mal, Panzer werden zerstört. Glaub, dann kommen neue Panzer wieder. Und dann bekommen die Länder dadurch Geld. Also, ich möchte, dass... Alles, ja? Mich auch? ...dass keine Waffen mehr verschifft werden. Nur die Helden, nicht die Terroristen. Nur die Helden sollen Waffen bekommen. Nicht die Terroristen. Also, nur die Helden dürfen Waffen bekommen. Die, die nur Stress suchen, bekommen keine Waffen. Nur die, die erlauben, ich helfe andere. Nur die dürfen Waffen bekommen. Sonst kein anderer. Sehr gut gesagt. Sehr gut gesagt. Dankeschön. Um hier nochmal kurz zu ergänzen, hab ich eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich hab letztens ein Interview gesehen, da war ein deutscher Rapper Fahrt. Wer kennt ihn? Deutscher Rapper. Er hat ein Interview geführt und da kam ein kleines Kind einfach in die Kamera. Und dann hat er das kleine Kind gefragt, was er so macht. Er meinte, ja, ich komm grad vom Kindergarten. Dann hat der Rapper ihn gefragt. Und sind viele Ausländer im Kindergarten? Und weil der kleine Junge meinte, nein, nur Kinder. Da merkt man, an dieser Aussage, merkt man, dass der kleine Junge nicht mal weiß, wo der Unterschied zwischen seinen kleinen Mitmenschen sind. Ob der eine jetzt, was weiß ich, Türkei ist, der andere ist Kurde, der eine Afghaner, der eine Inder, ist doch scheißegal. Entschuldigung, wenn ich scheiße gesagt hab. Ist doch ganz egal, was die sind. Er hat nur gesagt, das sind Kinder. Das heißt, im jungen Alter haben wir gesunden Menschenverstand. Nur je älter wir werden, desto mehr wird uns von den Medien was eingeflossen, was dann in unseren Köpfen eskaliert und was kann, das kann zu schlimmen Sachen führen. Das wollte ich doch gesagt, da haben wir. Ich bin ein wenig schüchtern, aber ich sing jetzt. Auf Spaß. Sie macht mein Beat. Machen wir jetzt. Fahra, los, raus, los? Nein. Ich bin rot. Ich bin rot. Ja, tschö noch! Ich brauche doch den Bier. Ach so. Ach so, ich singe und rappe. Hier. Guck, hier. Hier. Hier, wo ist das richtig? Hier, wo ist das richtig? Da muss ich mich nicht so alleine machen. Verkässt. Wie gesagt, ich bin ein bisschen schüchtern, aber mach mal jetzt. So much fresh, why so loud, if you don't like my sound, you can turn it down. I got a road, and I'm walking alone, uphill, but I look good when I climb. I'm so focused for the ocean, I got from Broken Stub, I'm gonna stop. I like it if you vomite up. You talked up, da-la-la-la-la-la, and I'm so dumb, I'm so over it. Sometimes I mess up, I fell up, I hate on this, but it's okay, I'm cool with it. I still fall on my face sometimes, and I can't call it inside the line. Cause I'm perfectly incomplete I'm still walking on my masterpiece And I wanna hang with the grace Gotta wake up, but it's worth the wait No, you'll never see the best of me I'm still walking on my masterpiece And I Fertig!